Hallo liebe Läuferinnen, du läufst auch gerne bei Wind und Wetter, dann wirst du dich für die Nike Element Shield Jacke besonders interessieren. Das spezielle Material hält dich bei Wind und Regen immer trocken und warm. Die Atmungsaktivität geht dabei aber nicht verloren, dafür sorgt die Dry Fit Faser. Ein besonderes Highlight der modischen Jacke ist die abnehmbare Kapuze. Sie ist individuell einstellbar und du hast auch noch ein Halstuch parat, das du je nach Wetterlage einsetzen kannst. Die verlängerten Ärmel verfügen nicht nur über Daumenschlaufen, sondern sie können auch als Fäustlegen bei kalten Witterungen getragen werden. In den insgesamt drei Reißverschlusstaschen hast du genügend Stauraum für all deine Laufutensilien. Durch die Reflektoren auf der Vorder- und auf der Rückseite machst du auch bei schlechten Sichtverhältnissen schnell auf dich aufmerksam. Diese Nike Element Shield Jacke wird alle Läuferinnen, die etwas kälteempfindlicher sind, bei ihren Läufen in Herbst und Winter begeistern. Und ihr bekommt sie natürlich in eurer Runners Point Filiale oder hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.